Hallo, mein Name ist Reinhard Eisl, ich bin Chief Product Officer bei der Celum. Ich erkläre, was unsere Mission ist als Celum und wie wir unseren Kunden helfen, optimale Produkterlebnisse für die digitalen Kaufentscheidungen von morgen zu liefern. Ja, es ist mein erster Print Day. Das Besondere ist, dass ich hier sprechen darf. Aber das Besondere ist natürlich, dass es nach jetzt eineinhalb Jahren zu Hause oder halt im Office wieder die Möglichkeit gibt, tatsächlich zu reisen und Leute tatsächlich auch zu treffen und in diesem tollen Rahmen auch zu sein. Das ist das Besondere.